Ja, sowas kommt dabei rum, wenn der Onkel das Game einstellt, liebe Leute. Halt dich stolz, ihr habt alle gesagt, ich soll den Verkehr anschauen, jetzt schiebt sie doch ruhig. Ja, wir haben anderen Verkehr gedacht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA Online. Ja, die üblichen Verdächtigen wieder mit dabei. Und ja, ich würde sagen, der gute Onkel startet gleich mal. Ah, ich hab ja noch dieses Dings hier, ich hab voll verplant. Was? Na, der Helmut und ich, wir haben hier gerade noch einen Techtel-Mächte gerade. Jetzt hab ich das Sitzung gestartet. Was denn? Warte, dann muss ich nochmal den Job, geht nochmal den Job nochmal verlassen. Brennt. Ich hab mich schon so auf den Job gefreut. Oh, Mann. Auch mal denselben. Der Techtel-Mächte, Mann. Das hat jetzt Chris verkackt und Helm. Oh, Chris. Egal, wer du was denn sitzt. Es ist doch vorstraschend. Was hier? Wie kommen wir denn hier raus? Als Strafe bekommst du jetzt für den Livestream eine Schweigeminute. Genau. Ab jetzt. Gibt man hier eigentlich irgendwo Energie? Nein, wir sind doch hier raus, hier zum Onkel. Aber wie kommen wir da raus? Geht ja nur noch 30 Sekunden. Warte, eh. Du musst die Reifnahme. Kreis drücken und dann kannst du den Job verlassen. Habt ihr jetzt Reifnahme eigentlich? Ja, liebe Leute, das ist ein Dich-Einander hier, aber so ist es schön. Und ich den Presslufthammer aus dem Webzeugkammer und dann gebe ich Gas. Habt ihr die Aufnahme eigentlich jetzt wieder beendet? Nö. Nö, nö, wir lassen dich oben. Nein, nö. Bleib alles gut. Alles unzensiert, bis zum Schluss. Oh, hier steht eine nackte Frau von mir mit Rock. Helm hat das Spiel verlassen. Was ist denn eine nackte Frau mit Onkel? So. Keine Ahnung, ich muss noch was erwähnen. So, ähm. Verkehr, Verkehr aus oder an? Immer. An. 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 Verkehr ist immer gut. Okay. Ähm. Oh, guck mal. Helm dritt bei. Der ist schon. Willi, go. So, ich wechsel mal wieder auf Controller. Oh, ey, ich hab dich noch einmal geschlagen. So, ich hab euch jetzt alle eingeladen. Oder was sind's auch alle? Ich hab auch noch keine. Doch, du hast einen. Chris Bär steht drin, ich hab dich eingeladen. Ah, jetzt, ja. Ja, jetzt sind alle da. German. Müssen wir eh drücken zum Betreten, ne? Ne, zum Verleihung. Es steht auch kommen, Willi, go. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ey, ich spiel das zum ersten Mal. Ich weiß ja nicht, woher, was alles hier so ist. So. Warte, warte, warte. Habt ihr jetzt alle auf Radio aus? Gut. Möchtest du, möchtest du die Beschreibung, möchtest du die Beschreibung vorlesen, Noxi? Ja. Rampen, rampen, rampen. Kein maximal, hast kein maximale Geld. Keine maximale Apple. Nur tust du das. Ich empfehle sieben oder mehr Spieler. Es zählt, je mehr, desto besser. Und verlängere die Zeit. Bitte sei geduldig. Ja. Eine, zwei, bloß für sein Deutsch. Also es ist eine Glanzleistung der grammatikalischen Schrift. Kein maximale Geld. Vor allem sind wir sieben Leute, das passt ja. Okay. Und verlängere die Zeit. Und sei geduldig. Aber warum ist da jetzt keiner gescheckt? Rampen, 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 rampen. Alles, was man da rausgelesen hat, keine maximale Geld. Keine maximale Geld. Keine maximale Geld. Ah, ich darf mir ein Fahrzeug aussuchen. Ich nehme die Ader. Geil. Die Ader, Junge. Die Ader. Oh, ich habe an. Bullet. Ader. Gewinnaktion gibt es keine. Doch. Du, Bruderliebe. Oh ja, komm, wir machen die Bruderliebe. Daumen an die Ohren. Ausflippen. Daumen an die Ohren. Bruderliebe. Mach mal Bruderliebe. Okay. Okay. Nein. Was muss ich da jetzt nur machen? Ein Auto auswählen. Keine Ahnung. Ein Auto auswählen. Und dann bestätigen. Wahrscheinlich einfach Rampen fahren. Wir fahren jetzt. Rampen hört sich an wie Stunts oder sowas, ne? Aber keine maximale Geld. Keine maximale Geld. Hast du Geduld? Hast du Geduld? Wie ist der Geduld? Keine maximale Geld. Keine maximale Geld. Du musst den Knopf drücken. Ja. Oh, rennen. Vom Brüggen, Knopf hier. Hab ich doch gesagt, rennen. Oh, wir hätten da noch pink genommen. Nein, nicht. Pink ist meine Standardfarbe. Also die nimmt mir da. Alter, ihr seid ja alle pinke. Hello Kitty-Style, oder? Ja, toll. Ich dachte, oh, ich will pinke. Da stech ich bestimmt aus der Masse raus. Wie sagte doch einer mal tucken, oder? Ja. Warum bin ich so langsam alle so schnell? Nein. Oh Gott. Oh, Leute. Rivano, was machst du? Oh, shit. Oh, jetzt verstanden. Oh, ihr wolltet den Verkehr an haben. Guckt euch mal den Verkehr an. Oh, fuck, man. Ah, ihr müsst über die Rampen rampen. Nee, echt? Rivano, Quatsch. Oh, ich stell mich hier an, ey. Nee. Die werden sogar angezeigt. Was? Zurück, oder was? Ja, ja. Einfach über die Rampen. Oh, lol, ey. Oh, das ist noch nicht verkehrt. Das ist ja Wahnsinn. Ich kriege ja gar nichts hin. Oh, big fail hier. So, ich schlägst den Verkehr fest. Alter, mein Fahrzeug überschlägt sich jedes Mal. Okay, das war dumm, den Verkehr anzuschalten. Nee, ich fänd's gut so. Ich komm, das verkehrt. Komm, das war nicht. Sollen wir denn hier rüber. Wenn da alle Autos stehen. Das schlägt sich bei euch das Fahrzeug gar nicht. Nee, warum sollten sich das überschauen? Bei mir fliegt das immer nach vorne. Also... Weil du nach vorne drückst, das hängst du. Du kannst das doch noch mit Richtungstasten einpegeln. Ach, komm, fahr doch. Wer gewinnt denn jetzt hier? Deine Mama. Das ist mir gegeben hier. Alter, das ist voll der Stau auf der Autobahn. Alter, was ist hier los? Komm, nehmen wir über die Rampe. Was ist da los? Onkel? Kann man sich respawnen? Äh, äh, keine Ahnung. Du kannst das schon machen. Irgendwann hast du länger gekriegt. Alter, du hast mich halbiert. Ja, ich hab den Noxy halbiert. Hooray. Leiter, das funktioniert nicht. Ich fahr wieder zurück. Ich bin Position 3. Ich bin ja gar nicht mehr so schlecht. Warte, ich muss jetzt auch... Warte, 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 ich bin Zweiter. Dreieck, Dreieck lang drücken. Dreieck lang drücken. Wieso? Dreieck? Ja, wir haben ja JPEG. Boah, mein Auto macht gerade den Matrix-Modus hier. Wieso man da bitte jetzt rüberkommt? Ich sag dir, das war dämlich, den Verkehr anzuschalten. Nee, da lässt ja die einfach nur die Schwierigkeiten machen. Danke, danke. Ich häng fest. Ich häng fest. Mein Auto ist total schädig. Boah, Alter. Nein. Alter, jetzt geht doch. Boah, das ist Bullshit. Komisch. Wir hätten den Verkehr nicht anzuschalten sollen. Du, der Verkehr ist gut. Onkel, warum machst du das? Weil ihr das gesagt habt, ich sei allein schon. Wunder Verkehr-Helmer. Weg. Alter, wie soll ich denn hier, wie soll ich denn hier über die Rampe? Ist alles voll. Ich hab gerade den Papa gerampt. Papa! Sieh aus wie wem, der hat den Scheißer. Oxi, wir sollen aber hier rüberkommen. Ich bin froh, dass der Papa einen Helm aufhat. Ich fäng ihn trotzdem. Lass mich hier durch, ihr scheiß Autos. Aber komischerweise hat Onkel gewonnen, wa? Ja, klar, der kennt das doch. Der hat den Verkehr bei sich ausgeschaltet, von uns an. Oh, das ist der Punkt. Was ist denn hier? Du hast dem Verkehr nicht zufällig erklärt, wie man über die Rampe kommt. Ja, ja, ja. Geht weg, ihr Oxen. Ich komme hier nicht rüber. Oh, da habe ich gleich was Besseres. Ich muss nur zusehen, wie ich da in die Mission reingehe. Ja, super, ihr fahrt alle über mich drüber, ne? Nett. Oh, shit, ey. Onkel, wir wollten noch gucken, wie es dir geht. Ja, Chris zieht vorbei. Du Arsch, der hat mich mitgerommen. Alter, drei Runden von Fünfe. Legst mir eine Socke, ey. Ich tu natürlich was, du das. Oh Gott. Ich fahrs nicht. Danke. Oh. Kann man auch von der Brücke fallen? Du kannst ja auch von Fünfe, bist du da schon fertig. Oh Gott, wir sind fast funktionieren. Oh, da hat er sich überschlagen, der Kollege. Ja, da, ja. Also, ich bin gerade Position 1. Wow, Alter. Wow, Chris, geh weg. Oh Mann, nein. Chris, ey. Mein Hübschen ist gebrochen. Ganz toll. Also, endlich mal irgendwas, weil ich auch gut bin, ey. Das ist doch schon mal gut, ey. Geh weg, Pink ist auch gut. Geh weg, Pink. Alter, was habt ihr denn hier gebaut, ey, Leute? Das ist das Hammer. Der Ingeniever hat Scheiße gebaut. Ich hab gesagt, lass den Verkehr nicht. Ah, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, schon wieder einen. Oh Gott, der Christ, Penner. Ich nix, neust, keine viele Geld. Ich steck fest, steck fest, maximale Gnull, ja. Oh, okay. Rivalo, geh weg. Was ist denn hier aus? Ich hänge. Geh weg, Rivalo. Ja, ich kann nicht. Wie kann ich da weg? Wie hast du weggepottet? Okay, ja, weg. F gedrückt, halt. Da gibt Stimmung. Ah, nee, ich komm raus. Ich drück den weg. Boah, Rivalo, geh weg. Hier. Ich stecke. Geh weg. Wer ist da Pink? Wer ist das? Das bin ich. Ich. Ja, geh weg. Okay. Wo ist die Rappe? Schussi weiter, Rivalo. Wir kommen hier noch raus. Komm. Ich drück schon mit meiner ganzen Kraft. Boah, durch die Autos, durchgekletscht. Wie bist du das denn? Wie hast du das denn gemacht? Das ist ein Beschiss. Ich hab mich gespawnt. Alter, was ist denn hier los? Ihr müsst euch respawnen und einfach gleich drauf zuhalten. Wie soll das gehen? Respawnen. F drücken. F drücken. F drücken. Dreieck drücken, sagt er. Dreieck drücken. Boah. Mensch, hey, warst du gehen nach Dreieck drücken? Ja, ich bin auch drüber. Geil, funktioniert. Nun. Wie sieht das denn aus, wenn ich respawn mache? Fahrzeuge, geht alle weg. Wie sieht das dann? Wie soll ich denn hier rüber? Boah, ich bin zweiter. Das geht. Boah, ich bin dritter. Nur weil ich fest bin. Dreckige Schlagzeile. Alter, wie viele Autos. Das sieht ja aus wie bei Walking Dead hier. Du musst F gedrückt halten, Rivano. Komm, geh weg. Hab ich, hab ich. Ich bin ja schon mal da. Eine Disco. Wieso kann ich das denn nicht respawnen? Was ist denn das für ein... Boah, ich verdrückt halten sich. Aussteigen gedrückt halten. Alter. Boah. Rivano. Ja, ich ramm dich. Noxy. Ich war zu abseits der Strecke. Moses. Nein. Ja, ich komme rüber. Ich bin drüber. Weg, weg. Wie soll ich denn hier noch über die Schanze rüber? Gar nicht. Mit dem Raketenwerfer. Mit dem Raketenwerfer. Ja, sowas kommt dabei rum, wenn der Onkel das Game einstellt, liebe Leute. Halt dich stolz. Ihr habt alle gesagt, ich soll den Verkehr anschalten. Jetzt schiebst du ihn auf mich. Ja, wir haben einen anderen Verkehr gedacht. Ja, wir haben einen anderen Verkehr gedacht. Ja, wir haben einen anderen Verkehr gemacht. Ja, wir wussten denn das Wieso. Wie soll man denn hier rüber? Ja. Ey, du hast mich... Wer war das Onkel? Du hast mich grad so geil gerammt. Ja, dass du mich gerammt hast. Elegant. Chris, was sollt ihr das? Ich war drüber. Ja, auch noch mal. Das war ein falsches Richter. Ich bin auch drüber. Na ja, passt doch. Nein. Nicht von der Brücke. Ey, wie kann Rivano auf Platz 1 sein? Ich bin nicht mehr Platz 1. Ich wurde verjagt von den Zombies, die hier am Auto sitzen. Ich muss ein Nickerchen machen hier. Und warten, wo sich alle festringen. Ich komm in hier. Alter. Das stimmt. Das ist wohl die Sprengung hier. Ich bin rüber. Ich bin rüber. Hallo. Ich komm hier nicht weg. Ja, das ist... Boah, das ist... Ey, das ist das... Ich glaub, der Onkel ist immer Chrisplay rüber gesprungen. Kann das sein. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Funktioniert hier jetzt auch Respawn nicht. Doch, jetzt. Doch, jetzt bin ich durch. Aha. Toll, ich bin jetzt... Boah. Oh, verdammt. Weg. Wer hat sich da denn gerade überschlagen? Ich. 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 Alter, die... Die fahren aber auch wie die Raulers. Das Game wär so lustig, ja. Aber leider muss ja... Ja, Achriwanu, du stehst gut. Achriwanu, halt einfach mal die Klappe. Ich bin weg. Ich hing fest. Ich bin dritter. Letzte Runde. Wie soll ich denn hier rüber? Die ganzen Fahrzeuge sind im Weg. Bitte was? Man muss aussteigen und drüber springen. Genau. Nein, ich war drüber. Ich musste... Nein, geh weg, geh weg. Gehwanu, fahr, fahr, fahr. Nein, ich kann nicht fahren. Ich will nicht fahren. So, ich kann immer nicht fahren. Aber du bist ein Drecksack. Er hat mich benutzt. Wow. Wow. Alter. Das war das, Gabax. Ich will's überschlagen. Das war's, liebe Leute. Ich bin leider am sechsten Platz, weil ich nicht mehr rüberkomme. Der Raspon bringt mich auch mal wieder an dieselbe Stelle. Das war sehr erfolgreich wieder aus. Die Alte beschwert sich noch. Ich hab gerade eine gerammt und dann meckert die noch. Ja, sorry. Ich muss hier fahren. Machst du das auch? Ey. Wie soll ich denn hier über die Rampe? Lass mich über die Rampe. Lass mich durch. Alter, was ein Gemurkse. Ah, der ist gerade weg. Das war's. Das war's. Das schlimmste. Was ein Gemurkse. Das schlimmste. Das schlimmste. Das schlimmste Fehler war hier im Verkehr einzuschalten. Das schlimmste Fehler. Ich mein, das wäre lustig, wenn die noch fahren würden. Aber die hängen ja wie die Geisteskranken an der Schatze hier. Weil die meisten einfach tot sind. Ja! Fahr! Du kriegst das auf den ersten Platz. Ach, was ist denn hier los? Oh Gott! Käng hier fest. Verdammt. Ich lass mich jetzt einfach aus. Komm, lass mich durch, du scheiß Auto! Lass mich durch! Ja, ich bin drüber. Das ist vorbei. Das ist vorbei, Leute. Bäm, Digga, bäm! Hast du es geschafft? Ich fange hier nicht durch. Machst du auch einfach. Ihr müsst schlau sein. Ich bin durch, du scheiße. Ich hab die ganze Zeit gespawnt an der Stelle. Diese eine scheiß Rampe, wo man nicht drüber kommt. Ja, einfach respawn. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Einfach kurz stehen bleiben, respawn drücken und dann durch alle Autos durchfahren. Du bist nämlich kurz unsichtbar. Ja, aber ich bin immer so weit weg und sobald ich dann hinkomme, sind die auf einmal sichtbar bumm. Ja, komm. Einfach fahren dann. Achso. Ich probier's. Auf Gottes, äh, Chris Lam, Namen. Ja, auf ihn Chris Lam zu nennen, sonst dreh ich ja noch grad voll. Was, Chris? Hab ich doch gesagt? Jo, ich bin durch, tatsächlich. Toll. So ein Scheiße. Wäre ich doch nächster noch erster gewesen. Verrückt. Aha. Fuck you guys. Scheiße, das ist einfach. Exit. Das hast du gesehen, ne? Ja, ich hab's gesehen. Ich hab mich vor nicht gedrängelt. Ich ging den scheiß Boller gegen gefahren. Boller? Ja, ich bin da gegen diese Reifen gegen gedonnert. Das war, ja das war auf jeden Fall ein Fail, aber lustig. Fulchbar. Oh Gott. Ich hab gleich noch eine bessere Idee. Nein! 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 Was denn jetzt? Bitte bock mal. Er ist vor der Brücke gefallen. Ohhhh, Salto! Seine Scheiße. Nein, ich hab's nicht abgeschlossen. Puh. Nie beendet. Ich hab mich nie beendet. Jetzt aufpassen. Aufpassen. Soll, da war alles umsonst. Oh, ich krieg Geld. Zweitausend. Jetzt pass auf. Elftausend. Leck mir die Säcke. Ganz ruhig. Psssssss. Gar nicht so. Gar nicht so. Ich dachte jetzt, was will er denn jetzt? Was hat er denn jetzt? Will er jetzt ins Mikrofon forzen? Nee. War nicht. Was? Ich hab die Druckwelle gespürt, ey. War schon hart, ja. Like. Ah. Das wird nie beendet. Ja. Alle haben's beendet. Außer ich und Noxy. Mach mal jetzt einfach weiter oder wie? Was machen wir jetzt? Weil ich hätte eine Gemeindearbeitung. Da müssen wir wieder erst ein Auto rennen. Hier, mach hier bis zur Basis. Fahrrad fahren. Fahrrad fahren. Yeah. Oh Gott. Nein. Da drückt ihr aber euren X-Button jetzt durch, ne? Ja. Was ist denn X? Äh. Genau. Was ist bei einem PC? Das haben wir vorhin auch noch nicht rausgefunden. Was macht ihr denn auf X? Bei einer Leertaste? Ne, wo man Gas gibt mit dem Fahrrad. Auf X? Ehrlich jetzt? Was machst du denn mit X sonst? Weiß ich nicht. Nein, nicht bei euch auf X. Ich glaub linke Maustaste. Bei uns ist X springen. Ne, was ist bei... Ne, schnell rennen ist bei uns. Ja, genau. Und so drückst du im Film und so tust du beim Fahrrad auch Gas geben. Und so. Achso. So. Wie schnell rennen. Ach, umschalt wahrscheinlich. Dann umschalt wahrscheinlich. Was ist der? Äh, hängt das schon bei mir? Scheiße. Lädt. Lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Ah, jetzt. Da. Motorräder. Ich will nicht, dass es lädt. Motorräder. Oh, geil. Ein Glück. Lass die Motorräder drin. Cool. Regnerisch. Ungewölkt. Mach regnerisch. Das ist gut. Dann rutschen die Fahrzeuge richtig. Wer hat ihn jetzt schon wieder verlassen? Wieso? Revanoo. Revanoo. Ach Revanoo. Ach Revanoo. Ach Revanoo. Ach Revanoo. Ich bin doch, ich bin doch da. Ne, du bist nicht da. Ich bin... Nein, du bist in der Ahnung. 16 Minuten. Hä? Ich sehe euren Namen, aber das steht, ihr habt alle verlassen. Und ich bin Horst. Wieso bin ich Horst? Ja, siehste. Warte ich mal. Ja, siehste. Geh mal wieder raus. Jetzt hab ich dich wieder eingeladen. Du hast noch 27 Sekunden. Da bist du doch. Eingeladen. Du musst jetzt annehmen. 24 Sekunden hast du. Ja, ich bin im Ladebildschirm. Geht ja online. Oh, weiter Woche. Ladebildschirm. Hab mich lieb. Boah, der dauert ziemlich lange, muss ich sagen. Aber das ist ein großes Spiel. 14 Sekunden hast du noch. Für. Ja, was soll ich denn machen? Ladebildschirm. Oh, jetzt hat er wieder 40 Sekunden. Ich hab verlängert nochmal. Ich hab 40 Sekunden. Danke, Ladebildschirm. Achso, danke. Nicht quatschen, machen. Los, hopp. Ich kann ja nix. Lade schneller. 27 Sekunden noch. Streiche ihn, dann geht's schneller. Okay. Bop, 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 bop. Der brummt schon richtig. Du quatschst eindeutig zu viel, alle. 20 Sekunden. T minus 15. Ich bin auf der Autobahn, wo wir grad gestrandet sind. So, und jetzt? Ach, dein Ernst? Alter. T minus 10. Ja, ich bin angenommen. Ach, hab ich schon. A, 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 A. Ich komm rein, ich komm rein. Ich komm rein, ich bin angenommen. 3, 4, 4, 2, 3. Wie? Wer ist Dresser? Raus, raus damit. Wer ist Dresser? Raus, raus damit. Wer ist Dresser? Raus. Bin doch schon drinnen. Ach, das hat man letztes Mal schon, oder? Oh, die Dresser. Oh, die Dresser. Oh, den raus. Hallo, Dresser. Oh, den raus. Oh, scheiße. Lass doch einfach drinnen. Ist doch egal. Geil euch damit. Mein Gott. Ach, der Chris spielt auch den Controller. Ich? Nein. Ey, bitte. Ja, das sehe ich ja. Cool, cool. Was? Nein. Oh, doch Motorräder. Ach, scheiße. Nein, doch. Oh, ich dachte, jetzt machen wir Fahrräder. Oh, ey. Okay, willst du noch ein letztes Session? Ich meine S50 nehmen hier. Aber hier gibt es wirklich eine. Gibt die alle gar nicht. Enduro. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ja, wir fahren ja Gelände, ne, also von daher. Hm, ich kenne die alle nicht. Ich weiß nicht, welche da für gut ist. Bereit zum Spielen. Wenn jetzt so ein richtiges Rennmotorrad nehmen ist, glaube ich, Schwachsinn im Gelände. , Begrüste mods. Doch, nimm's, nimm's, tin-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d . Okay, hat jemand von euch den, den das Quad genommen? Selbstverständlich nicht. Aber auch fast jeder hat ein anderes Fahrzeug. Nee. Ich hab nen Helm. Ich auch. Ich auch. Wir haben einen dabei. Wir haben alle nen Helm. Den haben wir alle. Alter! Yeah! Grandale hier! Ey! Alter! Der hat mir erst meinen Kopf abgeschlagen. Alter! Das Rennmoped. Warum? Du steigst ab, oder? Nee. Oh, scheiße. Das ist ein Straßenrennen. Oh, oh, oh. Der hat uns alle verarscht. Da hat er gesagt, ich würde hier so ein Gelände und Moped nehmen. Da hat er gesagt, ich würde hier so ein Gelände und Moped nehmen. Und er nimmt hier den Renn, weißt du, hier mit den Straßenlack. Richtig. Übelste Suzuki Ding hier. Das ist der Lampenlüre. Das ist der Lampenlüre. Lampenlüre. Oh, wie ist meine Karre total ist. Ah, muss man da durchfahren? Oh, oh, da kommt doch Gelände. Er hat recht. Er hat gerecht. Gelände. Er hat gerecht. Oh, oh, oh. Er hat gerecht. Oh, oh, er hat gerecht. Nein. Er hat gerecht. Großer Gefecht. Ich bin leider einen Berg runtergefahren. Äh. Ach, wir müssen hier runter. Jump! Die neue deutsche Wände! Oh Gott. Ich war ganz unbütlich alleine hier. Ich dachte, du hast die Dresser rausgehauen. Oh, was? Ich wär meilenweit am Baum. Ich wär meilenweit am Baum vorbeigefahren. Weg. Und lass dir die Dresser doch drin, ne? Wo sind die Gegner? Ich hab keine Ahnung, was du für gewillst. Diese komische Mitspielerin hast, die hat, da stand grad die so am ersten Platz. Ja, natürlich lass ich die drinnen. Du lass doch die Leute mitspielen. Äh. Ich soll... Ey, cheatet doch. Vielleicht ist es auch ein Zuschauer. Naja. Kann gar nicht. Vor mir ist niemand. Ah, hier ist mein Auto ganz gut, hier mein Moped. Ja. Das gibt's nicht. Lustige ist ja, die hat man die ganze Zeit gar nicht gesehen. Ja. Ich bin kurz weg. Vielleicht wieder da. Komm bitte. Er ist weg. Wieso? Achso, ich schwör doch nicht. Wir sind wieder allein allein. Das ist ein Geländefahrzeug. Ich schufe, glaub ich, mal ein Bier schon aufmachen. Ich fahr hier ganz einzeln über die Brücke. Oh, danke. Ja? Onkel, weiß was so lustig ist? Nie beendet. Ich krieg hier nie was. Wie ist dritt da? Der Banus hat's nicht beendet. Ja, ich bin hier berg runtergefallen, dann hab ich erst den Schlüsselkopf gemacht und dann stand da gestorben. Okay. So. Ich hab schon mal gesagt, du sollst jetzt beim Streichholz nach Benzinfüllung kommen. Brot. Ja, ich wollte aber nochmal versichern, ob da was drin ist. Oh, Leora. Ich fasse es ja nicht. Sanchez! Ich hatte das Sanchez. Ja, der hat sich vorgebeamt, der Typ. Ja, rausbeam. Weil der war nie vor uns. Nee, never ever. War ein 30 Sekunden Vorsprung. Oh, ich hab 345 Dollar bekommen. Aber wie kann ich denn den, wie kann ich, glaub ich, auch rauskicken? Ja, dann mach das mal. Ja, mach. Echt jetzt. Der hat mir Geld geklaut, weil ich bin Platz 8. Ich hätte ein bisschen mehr bekommen. Aber erst müssen wir uns das aussuchen. Was müssen wir uns das aussuchen? Was wollen wir uns das aussuchen? Aber erst würde ich den packen. B-Rex. Alter, unscheiß B-Rex. Ich würde neue Folge anfangen. Mach mal aktualisieren. Mach mal aktualisieren. Mach mal aktualisieren. Mach mal aktualisieren. Ja, das auch. Na dann, Chris. Was, Folge ist zu Ende oder was? Ja, schieß los. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und machen einen Cut. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.